Hi, ich bin Francesco Romano und hier ist das Hoffenheim-Update vom 19. September. Ein Krammeritsch in Bestform, der hat gereicht, um heute den 1. FC Köln zu besiegen mit drei Toren. 3 zu 2 hat nämlich Hoffenheim gegen Köln gewonnen. Was mir besonders gut gefallen hat, war heute Christoph Baumgartner. Der hat vor allem in der ersten Halbzeit viele Akzente gesetzt, viele Tormöglichkeiten vorbereitet. Allerdings war in der zweiten Halbzeit so ein bisschen die Luft raus. Da ist nicht so viel gekommen von der TSG. Das hat mir persönlich ein bisschen gefehlt. Und wenn wir jetzt aufs nächste Spiel schauen, am Sonntag gegen den FC Bayern München. Die haben gestern mit 8 zu 0 gegen Schalke gewonnen. Dann wird das eine enge Geschichte. Ganz ehrlich, da muss mehr kommen in der nächsten Woche, um eben gegen den Trippelsieger, gegen den Rekordmeister gegen Bayern München, mit Leroy Sané, mit Serge Gnabry, mit Robert Lewandowski zu bestehen. Das wird eine enge Geschichte. Da bin ich gespannt, wie Cheftrainer Sebastian Hoeneß das meistern wird und eben auch diese Offensivgewalt einfangen wird.